Ein umfangreiches Hoch über dem Nordosten Europas bestimmt auch in Mitteleuropa das Wetter. Dabei ist es am Samstag oft noch trüb, am Sonntag zeigt sich aber nach Nebelauflösung schon häufiger die Sonne. Über den Südwesten Europas ziehen dichte Wolken und gebietsweise kommt es zu Schauern. Auch am östlichen Mittelmeer herrscht wechselhaftes Wetter mit einigen Schauern. Am Samstag ist es meist stark bewölkt oder neblig trüb. Die Sonne zeigt sich nur örtlich. Hier und da fällt etwas Nieseregen, auf den Höhen auch Schneeregen oder Schneegriesel. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 0 Grad im Nordosten und 7 Grad am Rhein. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger an der Küste frischer Wind aus Ost bis Südost. Der Sonntag startet gebietsweise mit recht zähem Nebel oder Hochnebel. Später kann sich dann vielerorts die Sonne durchsetzen. In manchen Niederungen im Süden, zum Beispiel in der Trüb. Es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen minus 1 bis plus 6 Grad. Der Wind weht schwach, an den Küsten mäßig und zuteil stark böig aus Ost bis Südost. Mehr Informationen zum Wetter finden Sie unter www.wetterkontor.de oder bei Facebook und Twitter unter Wetterkontor. Wir wünschen Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende.